Wir müssen eine Bombe aufspüren. Okay. Wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Oh, ja. Wow. Okay. Okay, wow. Ja, ich sehe das mit den Sichtlinien. Das ist ja ganz anders. Nee, ist es gerade nicht. Wenn du dich tatsächlich umguckst, aus Drohnenperspektive, sieht das sicherlich alles noch krasser aus. Mhm. Aber alles, was es früher gab, gibt es immer noch. Ja. Wir haben Kite. Ja, theoretisch ist es immer das Gleiche. Fünf. Noch fünf Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Nicht mehr so das große Pika-Problem. Nee, das haben sie komplett getötet. Wo ist denn die Kamera jetzt? Ich habe eine gerade ausgestattet. Wo sehe ich die davon? Ach so, da ist die Tür, okay. Ich wollte mir nur mal die Dinger angucken, weil ich war der Meinung, dass hier eine Kamera früher war. Ja, war sie auch. Aber die haben sie, glaube ich, auch ungähnt. Sehr schön. Wo bist du denn? Du bist da oben. Kannst du da genau da einmal durchführen? Ja. Nein, was? Das war ein... Das war ein Freund. Der ist halt genau vor Fenrir gelaufen. Und Winzi. Da ist einer. Da ist keine Cam mehr. Entdeckung! Ha! Danke für den Ping. Bitte? Dafür bin ich da. Komm ins Garagentor rein. Da war in der Ecke, ist irgendwo einer genauer. Hab ihn. Da hinten ist Echo. Shit. In der Cafeteria. In der Dünnwand. Da hinten ist er. So bei Bombe A. Genau, plant es uns einfach mal. Brauche ich den Schuss einfach? Ja. Ich wollte bei Scam. Ja. Schießt das bei euch auch irgendwer die ganze Zeit? Nein. Okay, dann ist das ein Bug. Dann schalte ich mal weg von euch. Nice. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Sophie Falke. Mhm. Okay. Ja, ich war überrascht, dass ich noch erwischt habe. Wer den nicht gedownt hat, den hätte ich noch von hinten holen können. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, ist ja okay. Ich meine bestimmt das erste Mal. Okay, das Ding hier sieht noch das Visabüro so noch gleich aus. Ja, da haben sie glaube ich nur ein Fenster zugemacht und dann einen Schreibschrank gestellt, worauf sie wieder unten sind. Das wollte ich auch, aber ich finde den Weg nicht. Sieht sie auch nicht. Die sind oben. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Okay. Okay. Oben sieht es auch ganz anders aus. Da haben sie auch mehr Zwischenwände reingezogen und dabei eine ganze Reihe neue Räume. Ja, hier ist das CIO-Büro quasi hinter. Shit. In einem eigenen... Wo ist es? Doch da gibt es schon eine neue Spielerein für. Mhm. Wo bin ich hier? Ach hier bin ich. Ach da ist die Kamera jetzt. Okay. Ich habe quasi einmal auf die gegenüberliegende Seite gewandert. Ja, genau. Was willst du fragen? Nee, aber... Links hat hier reinge... Okay, da hätte ich auch nicht stimmt voll rein füßen können. Okay, interessant. Wir können vorrücken. Schilder, Schlepfer anbetracht. Da kann ich rein füßen. Vielleicht bringt das was. Ich wechsle die Position. Okay, konsoliert. Ja, Montaget, was geht? Ja, jetzt kommt der jetzt nur noch. Ich wechsle die Position. Willst du nochmal? Klasse ist platziert. Ah, Christoph hat den Diffuser. Seid ihr schon drin, oder? Okay, ich bin bei dir. Äh, Christoph, was ist eine Stelle, an der du nicht so gut rein füßen kannst? Dahinter steht direkt ein Regal. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Wo ist hier eine Kamera? Da ist eine Kamera. Das ist doch, ich glaube, ein ganz guter Spot zum Spock, ne? Ich fasse auf! Ist Gas gewesen. Gott, ich hab gar keine Jamos dabei. Whoa, 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 whoa. Ist da bei dir hinten jemand? Ja, da ist jemand. Der hat quer in mein Dings reingeschossen. Oh, whoa, whoa, whoa. Da ist er. Boah. Ein Gegner verbleibt. Das waren viel zu viele Schüssel. Oh, nice. Ich hab, glaube ich, auf irgendjemanden aus dem durch eine softe Wand durchgeschossen. Bei dieser Option. Guckt's euch an. Ja. Ja. Ich hab auf Lisa geschossen, ehrlich. Mhm. Glauben wir doch mal. Also, um das zu sagen, was ich eben meinte, Christoph, hinter dem Fenster befindet sich nur ganz wenig Platz. Ja. Hab ich dann durch die Kamera gesehen. Dahinter ist dann relativ schnell ein Regal. Also, da werden die Views mir nicht zu weit fliegen. Ja, genau, klar. Aber, was ich meine, ist halt, dass, das ist ja der Raum, in dem die Bombe steht. Das heißt, wenn man den Spot halten kann. Also, die haben sie. Also, die haben sie. Ach. Bis zum skandinavischen Kram kommt. Nein. Das wusste ich, aber das wusste ich nicht. Fenrir, Schmenrir. Ja. Achso, hier will ich gar nicht lang. Ich will hier lang. Den Weg finde ich eigentlich ganz nice. Ja, ich hab Fenrir ja auch erledigt. Gut. Sehr schön. Na, das bedeutet, dass seine Sachen, die... Kamera bereit. Ja. Ah, ich hab ihn gedown. Sehr gut. Achso. Laser, lad dich auf. Nein, hinter dem roten Auto steht einer. Da wird von euch aus gesehen rechts. Bleiben. Ja. Genau, da so. Magazin wechseln. Der Scharfer ist nicht länger in deinem Besitz. Verwicht. Teure Springlanze. Los geht's. Ich mach mal einen Armwolldienst. Ich versuch mal einen Armwolldienst. Nein, von hinten kam Bandit. Nein. Eigentlich. Der hinter dem Auto ist tot. Ein Gegner verbleibt. Talon 8 platziert. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer ist online und aktiviert. Da oben ist übrigens eine Kamera, falls ihr irgendwas habt, was man... Nein, 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 er ist komplett, er ist komplett. Rosa ist die Letzte. Gehört nicht zu uns. Ja. Nice. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Ja, okay, dann ist du ein bisschen verraten. Ein bisschen. Okay. Die Bomben schützen. Mieter. Ähm... Annäherungsalarm. Zeitfeldverfrüstung. Annäherungsalarm eingesetzt. Das wollen wir jetzt hier zurechtfinden. Okay, die Bomben sind ganz schön weit auseinander. Ja. Auf diesem Spot. Ah, jetzt liegt hier ein Bewegungswälder auf dem. Aber das ist doch der weiche Band hier. Meine Bombe entdeckt. Angriff bereit machen. Kamera aktiviert. Ich fühle dich doch doch mal. Nein, ich hört sie auch. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Willkommen ins mein Haus. Ach ja. Ja, ich habe deine Bombe totalisiert. Waffe da ist es bereit. Willkommen ins mein Haus eingesetzt. Muss ich hier erst mal wieder was überlegen, ey. Ja. Schade. Ah, da sitz ich hinter. Okay. Ich dachte gerade Maverick kommt, aber es war die Echo-Drohne. Da kommen wir dann. Aber es ist ein bisschen weiter weg noch. Ich bin zu. Ohne rein. Jemand kommt hier, wer ist das Treppenhaus? War der Ping draußen? Ja, der war noch draußen, genau, aber er ist reingekommen Hier ist noch wer Hm, Finker ist am Treppenhaus Nein! Backbeard Shit 1 zu 1 Tausch Die Frostfalle, die neben der Tür steht, guckt übrigens ein bisschen über, die kann man sehen Hier ist Ying Na, das bleibt mir schade Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert Schade Ja Hm Hm Hm, okay Hey Da ist eine Bombe, da ist eine Bombe Hallo 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 Oh Was ist hier hinter? Mit dem Haus Uncool Hier vorne wollen wir auch zu haben Und unter anderem Nope 10 Sekunden noch Die Gegner haben eine Bombe entdeckt und verteidigt sie Bot weiß gern 5 Sekunden noch Die Späule vom Gegner entdeckt Die Tür noch zu machen? Oh Boah Ja Ja Da steht Verdächtig ruhig Mhm Ok, von hier kommen wir auf jeden Fall aus Mhm Ok Hälteinsatz Nein, hier sitzt Christoph gar nicht Nein Noch einer? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja In der Ecke Nein Ich war fast in Sicherheit, um mich hier hoch zu holen Ja Danke Mhm Mein eigentlicher Plan war, mich zu Christoph zu gehen, damit ich geheilt werden kann Ja, in jedem Sinn Bis offenbar, dass da sind welche draußen, glaube ich Hier sitzt jemand auf jeden Fall Ein Gegner verbleibt Saß Ne, sitzt, guck mal, ping ist jemand Guck mal nochmal Wo ist denn das? Durch die Wand Durch die Wand Durch eine Tür vor einem Fenster Alles klar Da kann man bestimmt auch von der Seite sein Ich habe ihn zuerst getreten Da kann ich alle gegnern Toll Interessante Mittelwand Mhm Jo Ich mag die Karte Ich mag sie wirklich gerne Ja, die ist wirklich schön, ja Das stimmt, die ist echt gut Ja Macht Spaß Ja Ist überhaupt nicht wie der Alte Ja Weil Blitz einfach vor mich gelaufen ist Ja Stimmt Ja Vielen Dank.